Man hat den Eindruck, in dieser Ruhe, der lebt, darf sich nicht ein Geist und wenn ich dem Feuer und dem Winter noch, dann fängt er an zu heulen. Jetzt kann ich den Geist heraus leeren, dann ist er still und jetzt leere ich ihn wieder rein und er heult ihn wieder raus. Ist das so? Was ist denn los? Wenn man da reinschaut, wenn man da genau reinschaut und ich hoffe zu sehen, es ist ein bisschen dunkel, man sieht es nicht, aber man sieht es oben. Da drinnen ist ein Metallgitter. Und wenn ich dieses Metallgitter erhitze, dann fängt es an zu blühen. Da passiert noch nichts. Erst wenn ich weggehe und von unten kalte Luft reinhebe, diese kalte Luft wird im heißen Gitter auseinandergerissen und dieses Auseinanderheißen hat eine Schwingung. Und diese Schwingung hört man daran. Das heißt, solange drinnen das Gitter noch glüht, von unten kalte Luft nachkommt und wie im Kamin aufsteigt, solange haben wir den Ton. Wenn ich das Ding auf die Seite drehe, habe ich keinen Kamin-Effekt mehr. Also da hoffen wir das bisher. Ja, ja, ganz leicht erkennt man, das geht ja. Aber du kannst... Na, den schalt, schalt, schalt schon wieder auf die Folie. Also nur wenn ich vorher über der Flamme war, das Ding noch glüht und von unten kalte Luft senkrecht rein strömt, ist der Ton da, wenn ich es auf die Seite lege und ich keinen Kamin-Effekt, passiert nichts und wenn ich es wieder aufstehe, dann tönt es wieder so lang drinnen, das Ding noch glüht. Aber auf der Flamme hatte ich keine kalte Luft, deswegen kein Ton. Auf der Flamme nur, wenn ich vorher auf der Flamme war und dann senkrecht daneben steht, funktioniert das. Ah, da, ein kleiner Trich dabei. Das ist eine tatsächlichere ostentische Aufladung von Bürger und Bürger, der Mist hat Herr Winsel aufgeleitet. Und wenn man das jahrelang trainiert hat, kann man das sogar schön stabil fassen auf der Raumstation. Im Schwingbe halten und wenn es zu mir ist... Noch nicht? Ah, wir haben ja vorher was probiert. Wir werden auch da ein bisschen mit unserem Modellhund nachhelfen. Und jetzt schauen wir, ob das hier tut. Komm zu mir, komm zu mir, mein Schatz, komm zu mir. Hoppla. Ja, die Modellhund für die Hand zuschneiden. Komm zu mir, komm noch hoch, komm noch hoch. Ja, komm zu mir, komm zu mir. Ich berühre dich nicht. Komm zu mir, komm noch hoch. Und so kann man wirklich fast magisch den Ballon... Wuh! Und dann klopfen wir die Hände drauf und wir schauen, was passiert. Es ist nicht trocken, es ist einfach flüssig. Es ist viel kettiger als trockener, es sind fast minus 200 Grad, es ist flüssige Luft. Ich nehme einen kleineren Ballon, irgendwo habe ich ja noch meinen Ballon in den Angang. Also, flüssige Luft, minus 200 Grad, in dem Ballon ist normale Luft. Und was passiert, wenn wir die da einsaugen? Wird die Luftballon platzen? Wird er die Farbe verändern? Wird er da grundlegen? Ich fühle bitter keine flüssige Luft über den Ballon. Das kühlt auch die Luft im Ballon ab. Die zieht sich zusammen, wird er drin auch zum Teil flüssig. Und der Ballon schaut so aus, dass wir, was wir hier sehen, das sind die Auswirkungen von jahrelangem Alkoholmissbrauch, schlafen zu, so schaut dann die Haut von Menschen irgendwann aus. Rapid Aging nennt man das. Aber es gibt ein Gegenmittel, damit die Haut wieder so glatt wird wie ein Babypoko, nämlich Bernhards Zauberarten. Und alles ist wieder gut, alles ist wieder perfekt. Okay, wir füllen jetzt diese, die will sich ausdehnen, und wir schauen, was passiert. Wenn sie sich ausdehnt, ich weiß nicht, ob was passiert, aber wir schauen einfach rein. Die volle, lang, flüssige Stickstoff in einer Lügel. Und jetzt mit bitterkalt, auskochend heiß. Kochendes Wasser in den flüssigen Stickstoff schauen wir aber mit kleinen Wolken entstehen. Das war's, vielen Dank! Schöne Ferien!